Willkommen zu einem Let's View aus der Short Review Review Reihe. Hier blätter ich einfach nur den ersten Transformers G1 Werbekatalog von 1985 sowie den passenden Händlerkatalog durch. Ausführlich habe ich darüber in den Videos Transformers G1 More Than Meets The Eye und Transformers G1 More Than Meets The Eye Upgrade gesprochen. Beide sind in der Infocard verlinkt. Nun aber viel Spaß! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis bald!